Der Bildungsbericht wird von der SKBF alle vier Jahre im Auftrag von Bund und Kantonen erstellt. Er analysiert das Bildungswesen von der frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung und analysiert über 500 verschiedene Themen. Der Bildungsbericht kann entweder digital und kostenlos in vier Sprachen konsultiert oder als Buch in Deutsch, Französisch oder Italienisch beim Stempfli Verlag bezogen werden.